In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einige Basiseinstellungen für einen Bound vornehmen könnt. Als erstes rufe ich meinen Bound auf. Um zu den Einstellungen zu gelangen, klicke ich hier auf dieses Werkzeug-Symbol. Als erstes lege ich das Bound-Profil fest. Das sind Informationen, die die Spieler sehen, wenn sie den Bound in der App aufrufen. Ich möchte, dass mein Bound ein Titelbild bekommt. Dazu fahre ich einfach mit der Maus über das Fenster und klicke auf Wählen. Es öffnet sich meine Mediathek. Dort kann ich entweder ein Foto auswählen oder ein neues hochladen. Wie das mit dem Hochladen funktioniert, zeige ich in einem anderen Tutorial. Ich wähle jetzt einfach ein Bild aus und schon ist es als Titelbild geladen. In der Beschreibung kann ich meinen Spielern Informationen geben, was in dem Bound passiert. Außerdem kann ich eine Webseite verlinken. Hier muss immer der komplette Link angegeben werden, also auch mit HTTP oder HTTPS. Damit mein Bound in der App gefunden werden kann, kann ich ihm bis zu drei Kategorien zuordnen. Und ich kann auch Text eingeben, damit er über die Schlagwortsuche gefunden werden kann. Wenn ich Start- und Zielkoordinaten eingebe, können die Spieler direkt sehen, wo der Bound stattfindet. Ich klicke auf Wählen und dann einfach hier oben auf die Lupe und gebe dort den Startpunkt ein und auf Enter. Hier werden mir jetzt noch Adressen vorgeschlagen, dann nehme ich natürlich das in Berlin und dann auf Übernehmen. Und schon ist die Koordinate als meine Startkoordinate festgelegt. Genau das gleiche mache ich dann nochmal für die Zielkoordinate. Jetzt kann ich noch eine ungefähre Strecke und Dauer des Bounds angeben. Jetzt bearbeite ich noch den Bound-Charakter. Ich kann hier den Spielmodus ändern, also ob Einzel- oder Gruppenbound. Soll der Bound von einer Person alleine gespielt werden oder von mehreren Personen im Team? Bitte achtet darauf, dass das Turnier nur im Gruppenbound funktioniert. Ich kann den Bound geheim schalten. Das heißt, er wird nicht in der App öffentlich angezeigt und ist nur über den QR-Code beziehungsweise über das Passwort aufrufbar. Das Passwort ist immer das, was ihr am Anfang bei der Erstellung des Bounds an der URL angegeben habt. Diese Funktion kostet bei privater Nutzung einmalig 7 Euro. Wenn man eine Lizenz besitzt, ist das Feature direkt mit drin. Ich kann festlegen, ob die Ergebnisse des Bounds auf der Bound-Page angezeigt werden. Habe ich das aktiviert, können meine Spieler am Ende des Bounds entscheiden, ob sie ihre Ergebnisse veröffentlichen wollen. Wenn sie das nicht möchten, wird die Runde auf der Bound-Page als anonym angezeigt und auch die ganzen Medien, die von den Spielern erstellt wurden, sind nicht zu sehen. Ich kann hier noch die Abschnittsreihenfolge festlegen. Was es damit auf sich hat, erkläre ich in einem anderen Tutorial. Bei dem Kartenmaterial kann ich aussuchen, welche Karten zum Beispiel bei Ort finden Aufgaben angezeigt werden. Ich habe hier die Auswahl aus mehreren Karten, belasse es aber bei der OpenStreetMap. Und ich kann einstellen, ob die Karten auf den Geräten meiner Spieler vorgeladen werden, sodass diese auch ohne Internetverbindung angezeigt werden. Beachtet dann, dass der Download etwas länger dauern kann. Ich kann einen sogenannten Track hochladen, damit können meine Spieler in der App direkt sehen, wo der Bound langführt. Wie das geht, erkläre ich auch in einem anderen Tutorial. Und dann gibt es noch die Gefahrenzone. Hier kann ich zum Beispiel meinen Bound duplizieren, also eine genaue Kopie erstellen, umbenennen oder löschen. Beim Duplikat muss ich dem Bound einfach einen neuen Titel geben und ich kann auch die URL ändern. Achtung, dieses Duplikat hat dann natürlich einen anderen QR-Code als das Original. Ich kann den Bound umbenennen. Dann gebe ich einfach einen neuen Titel ein. Wenn ich den Bound umbenenne, bleibt der QR-Code, mit dem der Bound in der App aufgerufen werden kann, gleich. Wenn ich den Bound löschen möchte, muss ich hier nochmal den genauen Titel des Bounds eingeben, also auch auf Groß- und Kleinschreibung achten. Dann kann ich ihn unwiderruflich löschen und dann ist er auch weg. Man kann also seinen Bound nicht aus Versehen löschen. detto ein. Wenn du unbedingt meinen Bound aufgehoben hast,țibenig sch instances zu sp Personen. Wozu hast Du Arbeit abgestattet wird.